so da sind wir wieder leute und ich muss sagen ich finde es auch gar nicht so schlimm dass wir jetzt wieder hier sind weil ich würde gern auch noch den zweiten spielstand hier speichern so und jetzt versuchen jetzt aber noch mal einmal die teleport dann raus raus und jetzt zum die renny tower fünf tage das jetzt hat es geklappt ok mal sehen ob wir wieder so schnell zu hier finden ich weiß noch den weg ab dem einen punkt und ich weiß ich habe gemerkt sogar wir müssen den teleporter finden ich habe keinen plan wo der teleporter ist zwei geholz 44 gold okay ich weiß noch da hinten ist eine mauer aber könnten die irgendwo führen hier aus öffnen nö so ich muss mir jetzt echt verkneift nehmen oder muss ich nicht ich kann ja hier nach jedem gegen das speichern ich habe jetzt den zweiten spielstand gespeichert das finde ich echt super 77 dort den wir auch mit denen nicht dann kann ich ja jetzt wieder normal speichern so da unten waren die vampirinnen ein gold und vier gold so die werden jetzt so verdroschen von meinem roten der drama 484 gold und hier haben wir äh kann ich nicht tragen na gut dann haben wir hier die kette weg das ist doch kette oder genau kette nicht dass ich jetzt elfenzeug weg haue sieht mich nahezu gleich aus 374 gold so speichern so letztens haben wir es glaube ich in einer halben stunde oder so geschafft medora zu finden oder so auf jeden fall ist hier jetzt dann gleich irgendwo der raum wo wir uns nach oben teleportieren genau der hier so wir haben uns nach oben teleportiert und jetzt geht es hier weiter die pfiff die hat ja überhaupt keine chance mehr die hat nicht mehr anstecken anstecken macht sich zu werden 649 gold das hat sich lediglich umgedreht so hinter mir wäre eine tür ah hier sind wir durch das weiß ich ah und ich weiß dass da hinten jetzt das mit der kiste ist genau ich will ihn mal kurz töten da ist er ich will ihn nur töten ich gehe hier nicht weiter ein gold denn ich weiß ja dass es hier auch nicht weiter geht denn wir kommen hier wieder zurück hä äh so nie hier geht es weiter 5 gold ich glaube wir sind den geheimgang gegangen und deshalb oh na gut dann gehen wir den geheimgang dann geht es hier zumindest nicht weiter so hier ging es da weiter hier haben wir ein vampir 2 gold ein buch fool's ebony parted tooth oh das nehmen wir mit ich weiß nicht ob wir das schon haben ist das gete das gete weg damit wir haben noch kein buch gelesen in dieser aufnahme das müssen wir auch noch tun das 4 plus 3 aber wir haben ja noch etwas zeit 242 und wenn wir keins nicht sind ist es ja auch nicht so schlimm oder ok hier ist nichts ich glaube tatsächlich wir sind da unten weiter gegangen und dann irgendwie wieder hierher zurück und deshalb gehe ich mal hier oben weiter so 3 gold aber ich glaube hier geht es gar nicht weiter nein hier geht es ja gar nicht weiter das heißt es geht nur da unten weiter ja ok dann wissen wir wenigstens das hier öffnen sich alle Türen so da müsste eine Mumie drin sein oder eben gar nichts aber da sind wir auch recht so dann ah au ganz schnell mal heilen oh Moment mal ich habe verdammt ich habe den Ding den Recurs aber nicht gesetzt you have preferred a few worthless pebbles Nachtklinge 5 Gold so 473 Gold und kann ich nicht tragen so das ist glaube ich 11 nein das ist auch Kette so 380 Gold was haben wir hier Kette plus 3 Helm das ist auch Kette den lassen wir den hier würde ich gerne mitnehmen der ist verzaubert und Mithril natürlich auch das ist einer durch 11 dann ist das der Kette okay Notfalls müssen wir einfach den Dungeon so lange durchsuchen bis wir wieder rauskommen hier ist die Mumie ein Gold so 396 Gold oh ein Vampir 4 Gold 2 Gold so oh was ist denn das eine Weste oder der Audiobug 660 Gold na toll jetzt ist er noch schlimmer ich geh mal da rein ach er hat aufgehört so ich weiß jetzt nicht wo wir lang müssen könnte natürlich sein dass wir hier genau dort ein Gold nein 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 ich glaube ich bin hier schon mal gestorben zum Glück habe ich direkt davor gespeichert ich glaube hier komme ich wieder nach oben wahrscheinlich erst mal die Mumie hier ein Gold 836 Gold das ist doch mal was ein Gold ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ok jetzt ist er hin so was haben wir hier 297 Gold und Kette wieso benutze ich eigentlich nicht Schockerresistenz denn habe ich ja den Zauber so einfach mal schnell hier rein nur damit wir den nicht mehr haben wir wollen ein Unmet Letter to your victim's mother is grabbing the petty crime coming to the area ok speichern jetzt ist es hier auch ein bisschen ruhiger findet ihr den nicht da ist noch ein Schatz den nehmen wir auch mit so 88 Gold das hier ist 0,50 wert ok lassen wir dann geht es da rein ach hier geht es hier gar nicht weiter na gut dann halt nicht das ist aber auch gut denn bisher haben wir nur einen einzigen Weg dem wir folgen können in diesem hier nämlich so ich glaube aber dann war es das hier irgendwo nach rechts ging es nämlich nach oben und ich glaube hier geht es nach oben einfach mal durch nachgehen ah hier ist zumindest das mit dem Brief und hier geht es nach oben das ist doch hoffentlich auch das Richtige oder was ich jetzt auch meine ja hier kommen wir dann da wieder hin das ist das Gitter da ist auch eine Mumie von Unmet Letter to your victim's mother describing the petty crime coming to the area ja wahrscheinlich vor ein paar hundert Jahren so wie der aussieht die Mutter ist bestimmt auch schon tot 803 Gold und hier A Tale of Kieran bei Wege Pythicus Editor das nehmen wir auch mit das ist glaube ich das ist 11 11 plus 4 na toll ok dann ist jetzt eigentlich plus 4 mit Stahl dran so genau und jetzt sind wir hier ok dann haben wir wenigstens das und wir haben wieder nur einen Weg dem wir folgen können hier durch und dort hinten rechts hier gibt es zwei Wege einer führt seine Vampir 3 Gold nochmal ein Buch oh ich weiß noch gar nicht was es war Jokes bei Bootha Sonners oh das weiß ich noch das hat Darius vorgelesen haha ok ein Zwergenbogen den würde ich gerne mitnehmen ähm wir lassen die Witze da denn Darius hat sie eigentlich vorgelesen so das kann ich nicht betragen ah das hier ist Stahl oder ja bleib da 781 Gold so dann was haben wir hier drin äh nicht viel nein na toll zum Glück habe ich gerade eben noch gespeichert äh es reicht ok vielleicht erschieße ich den mit dem Bogen hab ich die Tür schon geöffnet ja ok Bogen äh Bogen so dann müsste schon da sein da weg mit dir so zack ein grün und ein roter aber das gefällt mir immer noch so wo geht es jetzt lang ist die Frage plus 1 nee 154 Gold und das ist ein plus 1 ich glaube tatsächlich wir sind jedes Mal hier entlang gegangen und dann hier so würde ich nämlich jetzt auch lang gehen aha genau genau und da oben ist der Teleporter ja gefunden so hier ist schon mal keiner dann wird kurz gespeichert und wir sind zumindest auf dem richtigen Weg die Frage ist jetzt nur ich muss irgendwo wieder nach Hause kommen dann und ich weiß nicht wo da ist der Geist ein Gold das waren zwei ach man ich glaube hier muss ich auch durch ich weiß wir sind hier entlang gegangen oh und jetzt weiß ich es nicht mehr ah hier komm schon ich will da rein rein da jetzt ein Gold so er hat aber nichts weiter okay hier geht es jetzt aber glaube ich richtig weiter okay ah ah hier sind wir hier sind wir ähm wenn ich das jetzt mache komm ich später wieder dorthin zurück und das finde ich sehr sehr gut okay hier sieht es aus als wäre hier einfach nur irgendwann mal ein Aufzug gewesen ich glaube ich bin ich auch nicht so wirklich weiter kann das sein so geht es so runter so geht es so runter 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 Vielen Dank.